Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Reihe Programmieren und MapCAD. Wir sind immer noch bei dem Kapitel Schleifen, also Kontrollstrukturen und Schleifen bzw. Wiederholungen. Ich habe hier ein weiteres Beispiel vorbereitet, ein relativ einfach gestricktes Übungsbeispiel, wo eine Funktion programmiert werden soll. Die nennen wir einfach mal REM. REM steht für Remove und da übergebe ich einen Vektor V und auch eine Position, also einen Index in den Vektor und die Funktionen so nichts anderes machen, als den Wert an der Stelle POS, also den Wert, den der Index definiert, zu entfernen, sodass im Endeffekt den Vektor rauskommt, der einen Wert weniger enthält. Ja, hier mal ein Beispiel. Ich habe hier meinetwegen hier diesen Vektor gegeben. Der hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte. Und jetzt rufe ich hier meine Funktion REM auf, übergebe hier den Vektor und sage, entferne den Wert an der Stelle 3. Ja, das wäre dann hier dieser. Und dann sieht man hier, ergibt er den Vektor zurück, ergibt jetzt einen neuen Vektor zurück. Und hier fehlt im Prinzip jetzt die Position 3. Ja, nichts anderes soll diese Funktion machen. Wenn man so eine Sache angeht und jetzt überhaupt keine Ahnung hat, gerade als Anfänger empfehle ich immer folgende Vorgehensweise, sich das Ganze erstmal überlegen, wie würde ich das denn machen. Ja, unabhängig vom Programmierer, von der Programmiersprache, wie würde man das denn so, wenn man jetzt meinetwegen die Aufgabe hätte, das zu erstellen, sich das erstmal überhaupt vorzustellen, wie man da vorgehen könnte. Ja, und da gibt es dann verschiedene Vorgehensweisen und da muss man sich überlegen, okay, welche Vorgehensweise lässt sich denn jetzt am einfachsten in so einem Programmcode, den auch ein Computer ausführen kann, übersetzen. Ja, aber erstmal eine gewisse Vorgehensweise überhaupt, das muss ich erstmal überlegen. Ja, unabhängig jetzt von irgendwelchen Programmierern. Und das kann man dann folgendermaßen machen. Ich habe das jetzt mal vorbereitet. Man nimmt sich hier einfach ein Beispiel und, jetzt brauche ich hier meinen Zeiger. Oh, ich kann den Zeiger, glaube ich, hier anmachen. Kann ich das? Ich glaube, hier. Ja, hier ist ein Stift. Dann kann man sich das Ding mal durchindizieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Index, den nenne ich mal I für den Ausgangsvektor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt soll hier an der Stelle 3, also dieser Wert soll jetzt hier entfernt werden. Und dann könnte ich sagen, ja gut, wenn Sie so ein Beispiel sich dann überlegen, dann nimmt man natürlich ein kleines Beispiel, ja, was man leicht überschauen kann, was auch schnell gelöst ist. Man muss allerdings, wenn man sich die Vorgehensweise dann überlegt, die Vorgehensweise so aufstellen, dass das auch mit ganz großen Beispielen funktioniert. Das ist immer ganz wichtig, ja, denn man könnte ja jetzt sagen, ja, okay, dann nehme ich einfach hier den Wert und streiche das raus und so weiter. Das muss natürlich eine Vorgehensweise sein, die mit großen Beispielen auch funktioniert, ja. Ja, und stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier einen Vektor mit 1000 Werten, ja, dann sehen Sie nie auf dem ersten Blick, ja, wo ist jetzt die Stelle 3 oder so, sondern dann müssen Sie den Vektor erstmal durchlaufen und gucken, wo ist denn überhaupt die Stelle 3 oder in dem Fall ist dann nicht die Stelle 3, sondern meinetwegen die Stelle 377, ja. Ja, die sieht man dann nicht mal auf den ersten Blick, sondern muss man quasi das Ganze abzählen oder wie gesagt dann eben durchlaufen bis zur Stelle 377, ja. Das bitte beachten, wenn Sie das, wenn Sie diese Vorgehensweise wählen, die ich jetzt hier so aufzeige, ja, dass man immer Hinterkopf behalten muss, ich muss eine Vorgehensweise wählen, die auch mit sehr großen Daten funktioniert. Allerdings testen und ausprobieren tue ich natürlich mit kleinen Beispielen, zunächst zumindest erst einmal, um das natürlich die Entwicklungszeit gering zu halten und das Ganze auch einfach nachvollziehen zu können. Aber, wie gesagt, immer Hinterkopf behalten, wenn Sie jetzt einen Ablauf überlegen, muss der auch mit sehr großen Beispielen funktionieren. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier einen Vektor haben von mindestens 1000 Werten, dann wird man nicht mal auf den ersten Blick übersehen, welcher Wert fliegt da raus. Das bitte beachten, wenn wir das beachten, dann müsste man sich sagen, ja gut, ich erzeuge einen neuen Vektor. Und was macht er? Er kopiert sich im Prinzip die Werte vom alten Vektor. Er durchläuft quasi jetzt den alten Vektor und holt sich immer die Werte rüber in den neuen, ja, bis er zu der Stelle kommt, die ich entfernen will. Die überspringt er quasi und kopiert dann weiter. Und dadurch, dass er halt einen Wert weniger hat, brauche ich hier zwei Indexe. Ja, ich muss ja quasi einmal den alten Vektor durchlaufen und hier einen neuen produzieren. Und er muss ja immer quasi immer die Werte einzeln ansprechen über einen Index. Und das ist ja einmal i und einmal j. Ja, wie geht man sowas an? Ich versuche das Ganze mal jetzt hier zu durchlaufen, ja, wie man jetzt einen Algorithmus sich so ausdenken könnte, ohne jetzt ins Plusdiagramm zu wechseln und so weiter. Das war nur erstmal hier, sich eine Vorgehensweise zu überlegen, hier anhand dieses kleinen Beispiels, aber eine Vorgehensweise, die man auch durchaus für viel größere Beispiele machen könnte. Das heißt, ich überlege mir jetzt hier, ich erzeuge mir einen neuen Vektor, den nenne ich mal RES, für RESALT. R, E, S. So, der bekommt den Index J. So, und der setzt sich aus dem alten Vektor zusammen, aus den Werten des alten Vektors, ja, bis auf den einen Wert, dessen Position übergeben wird, beziehungsweise im konkreten Fall ist es 3. Also, ist gleich weg, das soll ein V sein. So, und der alte Vektor hat den Index i, weg i. Ja, jetzt durchlaufen wir quasi den alten Vektor, wir sagen einfach hier, machen wir das hier oben, i, also hier ist unser alter Vektor, und da sagen wir jetzt einfach i ist gleich 1 zu bis 6. So, schreiben wir das hier unten hin, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und was soll er dann machen? Ja, und hier müssen wir dann quasi die Werte in den alten Vektor übernehmen, äh, in den neuen Vektor, Entschuldigung, in den neuen Vektor übernehmen. Und wir spielen das jetzt einfach mal durch, wir sagen, okay, wenn i gleich 1 ist, ja, dann guckt er, ist i jetzt gleich der Position, die wir übernommen haben? Nein, ist es nicht, ja, also wir müssen nochmal schnell sagen, ja, das gilt nur, ja, wenn i, also wir können noch dazu schreiben, äh, das macht er im Prinzip nur, äh, schauen wir es gleich mal so dazu, dass das gleich dem ist, wenn i und gleich POS ist. Entschuldigung, ja, dann macht, dann gilt das, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann übernimmt er die Wert, dann wird dieser Wert übersprungen, wird quasi nicht übernommen. Okay, also wir sagen jetzt im Prinzip hier unser, wenn i gleich 1 ist, äh, wird der Wert, da ist er ungleich POS, also wird der Wert hier 3 gesetzt. Wo ist mein Stift hier? Dann haben wir hier ein j von, auch von 1, ja, beziehungsweise tun wir das vielleicht, ja, auch von 1. Und der Wert wäre dann 3, im neuen Vektor, ja, wo ist es quasi in den alten. Jetzt muss er das i immer um 1 erhöhen, ja, also, äh, prüft er jetzt beim nächsten Durchlauf, jetzt ist er bei i gleich 2, ist das wieder POS? Nein, ist nichts ungleich POS, also, wir tun wir jetzt hier 5 reinschreiben. Auch j muss er auch jedes Mal um 1 erhöhen, sobald er hier einen Wert hinzufügen will, muss er j auch um 1 erhöhen. Jetzt geht es weiter, wird wieder um 1 erhöht, ja, i, sind wir bei i gleich 3, sind wir quasi hier. Das ist jetzt nicht mehr ungleich POS, jetzt wird es einfach übersprungen, ja, also jetzt, hier war es im Prinzip gleich, ja, hier auch. Äh, Quatsch, hier war es ungleich, hier ist es gleich, das überspringen wir quasi. Und, ähm, wir machen jetzt hier weiter, gehen jetzt wieder zum, äh, sagen wir mal quasi 3 gehabt, es wird zum 1 erhöht, i ist gleich 4, ja, ist i gleich POS? Nein, also wird jetzt hier der Wert hinzugeschrieben, minus 9, aber aufpassen, jetzt ist der Index 3, Sie sehen, hier gibt es jetzt eine Differenz zwischen den Indizes. Und deswegen muss man halt hier 2 verwenden, ja, einmal j und einmal i und müssen das j quasi extra zählen, ja, das ist der Grund, warum ich mit 2 Index arbeite. Weil, sobald hier die Position übersprungen wird, sind die nicht mehr synchron, ja, bis hierhin war es synchron, ja, man kann theoretisch mit einem Index arbeiten können, aber, da hier ein Wert rausfliegt, muss man mit 2 Indizes arbeiten. Das ist der Grund, warum ich Ihnen das hier so aufzeige. Ähm, jetzt geht das ganze Spiel weiter, das haben wir gesagt, 4, 4 wird um 1 erhöhen, sind wir quasi hier beim Index 5, 5 ist ungleich POS, also wurde die 10 übernommen und hier haben wir jetzt die Index 4, ja, um 3, um 1 hochgezählt, ja. Sobald hier ein Wert hinzugefügt werden will, muss der Index halt um 1 erhöht werden, beim neuen Vektor. Kommen wir zum letzten, also i ist gleich 6, ja, ist auch wieder ungleich POS, hier können wir den ungleich reinmachen, hier auch, dann kann hier die 6 übernommen. werden und wir sind jetzt hier beim Index bei j gleich 5 angelangt. So, ähm, das ist jetzt mal eine Abfolge, wie man sich das überlegen könnte, so ganz grob, ohne jetzt da jetzt gleich ins Flussdiagramm reinzurennen, was sehe ich jetzt hier, wenn ich jetzt mir das so überlege, naja, ich brauche hier zwei Indizes, ja, den einen durchlaufe ich einfach Sturm, ein Ausgangsvektor, in einer Zählschleife, äh, warum Zählschleife, weil ich, äh, weiß, wie oft ich das machen muss, ja, also ich durchlaufe den Vektor, von Anfang bis Ende und der ist natürlich vorher bekannt, wie lang der Vektor ist, der ändert nicht seine Größe, dynamisch irgendwie, der bleibt immer gleich, also können wir eine Zählschleife nehmen. Durchlaufen quasi diesen Vektor müssen wir allerdings jetzt noch einen zweiten Index laufen lassen, für den Result Vektor, ja, weil die halt nicht synchron sind, den haben wir j genannt, den müssen wir auch mitlaufen, den müssen wir einfach manuell immer hochzählen, sobald hier ein Wert hinzugefügt wird, in den neuen Vektor und wir brauchen noch eine Entscheidungsstruktur, um halt zu überprüfen, dass der halt die Werte nur dann übernimmt, wenn i ungleich dieser POS ist. Ja, und das bauen wir jetzt mal in unserem Flussdiagramm zusammen. Wechsle jetzt hier ins Visio, habe ich es eh schon mal vorbereitet. So, jetzt sind wir hier im Visio, im Flussdiagramm, als Zeitgründer habe ich schon mal vorgezeichnet, ich tue es jetzt nur abdecken, um das hier nochmal langsam, das nochmal zu simulieren, wie man das aufbauen könnte. Zunächst immer davon ausgehen, was ist gegeben, was ist gesucht. Ja, wir haben, gegeben ist quasi hier nochmal, hier sieht man es auch nochmal schön in einem Vektor, ja, den nennen wir weg, ja, das ist quasi die Ausgangssituation, das können wir so eingeben und wir übergeben noch die Position des Wertes, der entfernt werden soll. Ja, also wir haben einen Vektor gegeben, die Position ist natürlich Skalar, der Vektor enthält Gleitkommazahlen, er kann natürlich schon ganze Zahlen enthalten, das ist im Prinzip egal, er enthält erstmal Zahlen, er könnte theoretisch sogar für diesen Algorithmus Text enthalten, ja, also es geht ja nur darum, einen Wert zu entfernen, von welchem Datentyp dieser Wert ist, dürfte bei diesem Vektor egal sein, streng genommen, wenn das Ding Text enthält, ist es eigentlich kein Vektor mehr, ja, Vektor kommt ja aus der Mathematik, der Begriff, dann ist es eher eine Liste, ja, aber das sei jetzt mal dahingestellt, ja, es können eine Liste sein oder ein Vektor sein, ist eigentlich egal, ja, wichtig ist hier nur, dass der Index ist natürlich ein einzelner Wert, ja, das macht ja keinen Sinn in dem Fall, und da ist eine Ganzzahl, da muss immer eine Ganzzahl sein, ja, das kann jetzt hier kein Text mehr sein, auch keine Kommazahl, sondern das muss eine ganze Zahl sein, denn so ein Index ist natürlich immer ganzzahlig notiert, ja, also Text oder Gleitkommazahlen machen da keinen Sinn, ja, das ist wichtig, und was ist gesucht, was gibt das ganze Ding wieder aus, auch wieder ein Vektor, ja, der halt nur um einen Wert gekürzt wurde. So, und jetzt fangen wir uns an zu überlegen, wie das Ding aussehen kann, also zunächst brauchen wir jetzt hier unsere Indizes, ja, die wir hier definiert haben, also einmal hier i und einmal j, ja, die setzen wir beide auf 1, hier haben wir jetzt i gleich 1, also wir fangen quasi an, unseren Wechsel durchlaufen, an der Stelle 1, sofern der Startindex halt bei 1 losgeht, wir haben das mal definiert, der geht bei uns immer bei 1 los, dieser könnte auch bei 0 losgehen, theoretisch auch bei 2 oder 3, aber das macht ja jetzt keinen Sinn, also entweder gehen die bei 0 oder bei 1 los, in unserem Fall halt immer bei 1. Dann haben wir nochmal unsere j hier definiert, der geht auch erstmal bei 1 los, ja, weil jeder Vektor wird das mal immer mit, der erste Wert des Vektors ist immer 1, ja, und beide haben natürlich immer den ersten Wert, deswegen gehen beide bei 1 los, und jetzt durchlaufen wir quasi hier unseren ersten Vektor in der Zählschleife, wir brauchen also hier unsere Zählbedingung, ja, oder auch Wiederholbedingung, wir erinnern uns, ein Iteration, ein Flussdiagramm kennt keine, kennt streng genommen keine Zählschleife, wir haben also immer noch eine Wiederholbedingung, die kommt im Prinzip jetzt, wiederholen wir, durchlaufen jetzt hier unseren Vektor, brauchen also hier unseren Ausgangsvektor, brauchen jetzt unsere Wiederholbedingung, die steht jetzt hier, und sagen also, solange I kleiner die Länge des Vektors ist, ja, also der Vektor hat eine gewisse Länge, in unserem Fall sind es sechs Werte, wie gesagt, das können tausend sein oder sogar eine Million, das ist dann, sei dahingestellt, es wird durchlaufen quasi den Vektor vom ersten bis zum letzten Wert, ja, um halt die Werte einzeln rauszukopieren, um den neuen Vektor daraus zu erzeugen, und das kann man jetzt so formulieren, solange das I halt klarer ist, als die Länge des Vektors, das heißt, es ist hier hinten noch nicht angekommen beim letzten Wert, soll er jetzt wiederholt einfach hier den neuen Vektor, die Werte in den neuen Vektor reinkopieren, ja, das soll er aber nur machen, erinnern uns, wenn das I ungleich pos ist, ja, solange I ungleich pos ist, sollen die Werte in den neuen Vektor hineinkopiert werden, also brauchen wir jetzt noch eine Verzweigung, eine Entscheidung, das fällen wir jetzt hier, ja, also solange, hier kommt unsere Entscheidung, solange I ungleich pos ist, und jetzt kommt unsere Anweisung, das ist diese hier, kopiert er, tut er jetzt einen neuen Vektor erzeugen, beziehungsweise schreibt in den neu zu erzeugenden Vektor immer die Werte des alten Vektors hinein, das haben wir jetzt hier, hier ist die Anweisung dazu, und dann ist es wichtig, dass er dann immer noch das Ganze hier um 1 erhöht, das J, ja, jedes Mal, ja, das bitte auch beachten, beziehungsweise, es ist vielleicht klüger sogar zu sagen, weil sonst hat er dann quasi immer einen Wert zu viel, oder, nee, nee, das passt, immer, wenn er den Wert reinschreibt, macht er das so, und dann tut er immer noch mal J um 1 erhöhen, na, ich würde die Reihenfolge vertauschen, ja, ich würde die Reihenfolge hier vertauschen, das ist günstiger, das so zu machen, das mal raus, sehe ich gerade, so, dass er immer erst das erhöht, um 1, so, das macht er jetzt mal so in diesem Käse hier, ich tue mal kurz vor dem Film anhalten, ja, so, es ist übrigens klüger, das so zu machen, ich zeige es gleich mal der Gelegenheit, wenn Sie hier die Reihenfolge tauschen wollen, ist es günstiger, das so zu machen, dass Sie hier einfach das rauskopieren, dann kopieren Sie einfach den Inhalt von hier nach hier unten, und den dann hier oben rein, das sehen Sie, da kommen Sie besser, als wenn Sie das, wie ich es gemacht habe, da umsetzen, und das können wir wieder löschen, ja, also, sofern er quasi jetzt den Wert in den Vektor reinkopieren soll, wo das um 1 erhöht, dann der Wert halt gleichgesetzt, und so weiter, das müssen wir allerdings dann hier auf 0 setzen, so, ganz am Anfang, ja, damit das dann nicht, weil ganz am Anfang ist halt bei 0, und dann wird es immer um 1 hochgesetzt, also wenn wir jetzt hier bei i gleich 1 wären, dann ist r gleich, also j gleich 0, ja, tut er um 1 jetzt hochsetzen, dann wäre j gleich 1, und dann passt das wieder, und das wäre jetzt hier unser Flussdiagramm, ganz wichtig ist zum Schluss, muss man natürlich noch hier dann den Index hochzählen, ja, von unserem i, und für den Fall, dass jetzt i gleich pos ist, ja, dann ist es natürlich falsch, und das ist einfach übersprungen, dann tut er gleich hochzählen, und dann wird der Wert nicht rüberkopiert, und zum Schluss, wenn wir mal angelangt sind, geben wir das Ganze aus, so könnte man das aufbauen im Flussdiagramm, schauen wir uns das nochmal im Struktogramm an, so, hier Struktogramm, also die Eingabe ist wieder ähnlich wie beim Flussdiagramm, ja, wir übergeben einen Vektor, und halt die Position, die entfernt werden soll, und hier geben sie am Ende wieder einen Vektor aus, bis so hin, so weit, so gut. Jetzt kommen hier die beiden Anweisungen, die müssen wir jetzt hier übernehmen, die kommen jetzt hier rein, wobei aufpassen, wir brauchen bloß noch j, wir arbeiten jetzt im Struktogramm direkt mit einer Zählschleife, allerdings haben wir gesagt, j tun wir lieber auf 0 setzen, da ist es etwas eleganter, und das I tun wir dann in die Zählschleife gleich einbauen, also kommen wir jetzt hier an eine Zählschleife, weil streng genommen ist das hier zwar als Iterationsschleife umgesetzt, weil das Flussdiagramm nur Iterationsschleifen kennt, aber wir haben ja mittlerweile gelernt, dass es vom Charakter her eine Zählschleife ist, das Struktogramm kennt Zählschleifen, also können wir das im Struktogramm gleich in eine Zählschleife übersetzen, wir durchlaufen ja mit dieser Iterationsschleife hier im Flussdiagramm, wie die Zählschleife darstellt, den Ausgangsvektor, also durchlaufen wir hier mit I den Ausgangsvektor in dieser Form, und jetzt kommt hier eine einseitige Verzweigung, wir prüfen jetzt hier, ob I ungleich pos ist, und wenn dem so ist, dann müssen wir hier noch etwas ergänzen, nochmal die Reihenfolge tauschen, haben wir gesagt, es ist günstiger, das so zu machen, also tun wir jetzt hier einfach das hier rauskopieren mit STRG X, das hier runternehmen mit Enter, dann das hier oben wieder einfügen, und haben hier die, das hier wieder rausnehmen hier hinten, und haben hier einfach jetzt die Reihenfolge getauscht. Das wäre das Ganze jetzt nochmal übersetzt ins Struktogramm, das ist dann näher an unserem MadCat-Code, wenn wir so wollen. Und man kann ja durchaus, wenn man das hier dann so entworfen hat, das auch nochmal überprüfen, ob das hier mit dem, was wir uns da so schematisch ganz am Anfang überlegt haben, funktioniert. Im Übrigen, diese Schritte, die ich jetzt hier zeige, sind sehr, sehr ausführlich, die sollen möglichst anfängerfreundlich sein, wenn Sie dann etwas Routine haben in Zukunft, dann können Sie mehr und mehr dieser Schritte weglassen. Dann macht man vielleicht bloß noch das und lässt das Plusdiagramm und Struktprogramm weg, oder macht vielleicht noch ein Plusdiagramm, und dann ist das Struktogramm weg und so weiter. Und irgendwann sind Sie vielleicht so weit, dass Sie dann direkt den Code eingeben können, bei solchen einfachen Beispielen, und müssen dann nicht jedes Mal das Ganze entsprechend vorplanen. Ja, okay, jetzt tun wir das Ganze implementieren. Ich nehme das Struktogramm als Vorlage, weil das natürlich, wie gesagt, am nächsten am Code liegt. Und werde jetzt hier ins MadCat wechseln. Holen wir jetzt hier das Struktogramm als Bild rein, einfach STRG-V, ist natürlich von der Qualität her Mist, aber so als Vorlage genügt das. und implementiere jetzt hier die Funktion. Ich gebe zunächst den Namen der Funktion ein, die sollte REM heißen, in Klammern jetzt die Parameter-Funktion, einmal V für den Vektor und POS für die Position. Ja, das kann ich einfach hier oben entnehmen. Dann gehe ich auf Doppelpunkt ist gleich, definiere jetzt den Inhalt der Funktion. Danach gehen wir hier auf Programmierung. Wir haben jetzt hier eine Anweisung, danach kommt die Vorschleife, also brauchen wir hier eine Programmiergeschichte. Ja, weil wir haben quasi, wenn wir so wollen, zunächst zwei große Anweisungen im Code selber. Das ist das und das ist das. Dann haben wir in der Vorschleife noch weitere Anweisungen. Und dann haben wir noch eine Ausgabe gegebenenfalls. Also gehen wir hier auf Programmieren. Fangen wir mit der Anweisung an. J ist gleich 1. Geben also hier ein J, äh 0. Dann gehen wir hier auf Zuweisen. Ganz wichtig, lokale Zuweisung. Das ist ein lokaler Parameter oder lokale Variable. Die setzen wir auf 0. Und gehen auf Enter. Und jetzt gehen wir hier zur Vorschleife. Gehen jetzt hier auf Programmierung, dann auf vor. Und sagen jetzt, das ist jetzt unser Index für unseren Ausgangsvektor. Und der geht quasi von 1 los. Das können wir da also allgemein formulieren. Dann haben wir einfach hier Region. Sie können auch 1 hinschreiben. Oder halt 0, je nachdem, wie Sie zählen wollen. Dann gehen wir hier auf Punkt, Punkt. Und geben dann hier Last ein. Last V. Wie gesagt, der Region ist bei mir immer am Anfang, wo haben wir es hier berechnet, auf 1 gesetzt. Könnte auch 0 sein. Denn ich versuche immer, meine MatCat-Programme so zu schreiben, dass sie möglichst allgemeingültig sind. Und wenn ich bei dieser Schreibweise, funktioniert das Ding im Prinzip, egal ob ich jetzt mit Origin 0 oder 1 arbeite. Wenn man das hier konkret rein kodiert, machen wir mal die Variante, dann wird es nur funktionieren bei Origin gleich 1. Oder wenn ich so schreiben würde, dann nur bei Origin gleich 0. Ja, und wie gesagt, ich bin ein Fan von Allgemeinschreibweisen. Deswegen schreibe ich es einfach so. Und dann funktioniert das halt bei jeder Einstellung. Ja, jetzt kommt hier meine einseitige Verzweigung. Gehe also jetzt hier wieder auch zurück auf Rechnen, dann nach Programmierung und wähle jetzt hier IF aus. Hier kommt meine Bedingung. I soll ungleich POS sein. Gebe also hier auf I. Dann finde ich hier meine logischen oder pulischen Operatoren. Hier ist irgendwo ein Ungleich mit drin. Hier unten ist es. Und soll ungleich POS sein. Und was soll er dann machen? Dann soll er das J um 1 erhöhen. Das kopiere ich mir einfach jetzt von hier unten. Und sage einfach, J ist der alte Wert. Und das plus 1. Machen wir ein Enter, eine neue Zeile. Und jetzt müssen wir hier unseren neuen Vektor definieren. Den nennen wir Res. Der bekommt einen Index J. Und der soll jetzt die Werte übernehmen vom alten Vektor. Also dieses Definitionszeichen, dass wir ein Stück hochgehen. Oder geht das auch so? Nein, es geht nicht. Da ist immer noch ein Index drin. Ich muss das noch in den Kursor hochsetzen. Jetzt ist er oben. Und ich sage hier, definiere das Ganze. Und kopiere mir das jetzt hier einfach, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und benenne das um. Das ist natürlich V und das ist I. Jetzt haben wir das hier übernommen. Ja. Und zum Schluss geben wir jetzt hier noch, jetzt durchläuft da quasi unsere Vorschleife. Das ist die einseitige Verzweigung. Einseitig heißt, er hat nur das. Ja. Und sonst nichts. Und zum Schluss geben wir noch den neuen Vektor aus. Also hier Result. Und fertig. Das Ganze muss man natürlich erst noch testen. Das machen wir jetzt hier unten. Hier haben wir unseren Testvektor. Und wir rufen jetzt hier unsere Funktion auf. Ich kopiere mir jetzt hier einfach hier oben die Definition. und übergebe jetzt anstelle von V hier weg und anstelle von POS 3 und gehe auf IS gleich und kontrolliere jetzt nochmal. Er hat jetzt hier die dritte Stelle entfernt, ausgehend von Origin gleich 1. Also muss hier die 2 raus. Und da haben wir jetzt hier 3, 5, 2 fliegt raus, minus 9, 10 und 6. Ja, Sie sehen, so schnell lässt sich so eine einfache Sache implementieren. Und wie gesagt, gerade für Anfänger, wo man das noch nicht so leicht überschaut, wie gehe ich jetzt die ganze Sache an, hier war mein Tipp gewesen, machen Sie zunächst hier erst mal das Ganze schematisch. Bauen Sie sich das so auf. Allerdings beachten Sie dabei, dass Sie, wenn Sie sich das so schematisch überlegen, dass Sie so einen Workflow wählen, der auch mit ganz vielen Werten funktioniert. Ja, also nicht, dass Sie auf die Idee kommen und sagen, naja, ist ja nicht ganz einfach. Ich entferne einfach hier den Wert und dann nehme ich die Werte hier rüber. Ja, das geht natürlich bei so einer kleinen Geschichte. Ja, aber nehmen wir an, Sie hätten jetzt hier eine Riesenliste von, was sagen wir mal, von, sagen wir mal, von 10 A4 Seiten. Ja, und das sind vielleicht Excel-Ausdrücke, das sind vielleicht insgesamt, ich weiß es jetzt nicht, 10.000 Werte. Ja, und Sie sollen den 5.700 Dritten da quasi rausnehmen, ja, dann müssen Sie sich die Mühe machen, theoretisch jeden einzelnen Wert, jeden, den Vektor zu durchlaufen und bis Sie bei dem 5.000 Wert angekommen sind. Ja, ich will damit nur andeuten, man muss natürlich einen Workflow wählen, der auch programmierbar ist. Ja, also den auch, und deswegen, wenn Sie sich das Ganze als große Werte vorstellen, dann kommen Sie in der Regel immer auf Workflows, die auch dann Maschinen nachvollziehen können. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben das zwar jetzt hier an diesem kleinen Beispiel, ja, entwickelt, haben aber immer hinter dem Kopf behalten, dass das auch für große Datensätze funktionieren muss. Und da haben wir jetzt hier so schematisch das Ganze erst mal uns überlegt, ja, wie das funktionieren könnte, haben das Ganze dann hier ins Visio überführt und hier daraus den nächsten Flussdiagramm entwickelt, ja, und konnten hier einige Sachen übernehmen und das dann getestet, dass es auch funktioniert mit unserem Beispiel, haben danach das Flussdiagramm in Struktogramm übersetzt, und haben abschließend dann das Struktogramm hier im MatCat implementiert. Ja, wir haben beim Flussdiagramm das Ganze mit einer Iterationsschleife gemacht, weil das Flussdiagramm nur Iterationsschleifen kennt, haben allerdings dann, weil wir ja schon fortgeschritten sind, erkannt, dass wir natürlich hier eine C-Schleife brauchen und haben es dann beim Flussdiagramm auch gleich hier von der Iterationsschleife in eine C-Schleife überführt. Man hätte das natürlich auch mit einer Iterationsschleife machen können, hier im MatCat. Wer will, kann das noch da bleiben, sich das angucken, ich werde es noch schnell implementieren, indem ich das Flussdiagramm direkt im MatCat implementiere, mit einer Iterationsschleife, aber das ist natürlich nicht notwendig, günstiger ist, Sie machen das mit einer C-Schleife. Aber dennoch soll es noch mal gezeigt sein, wie gesagt, für den, der es interessiert, der kann jetzt noch da bleiben, die anderen, denen das klar ist, die können jetzt das Tutorial verlassen und das selber mal ausprobieren. Ich zeige es jetzt noch mal mit dem Flussdiagramm, mit dem ich das Flussdiagramm direkt implementiere. Ich könnte natürlich das Flussdiagramm auch noch mal in ein Struktogramm vorher übersetzen, wo die Iterationsschleife, ja, wo das Ganze mit der Iterationsschleife gemacht wird, das schenke ich mir jetzt aber. Ich möchte jetzt auch zeigen, dass Sie auch direkt im Flussdiagramm rein theoretisch ins MatCat übersetzen können. Ist allerdings etwas komplizierter, weil das muss ein bisschen mehr mitdenken. Das wäre jetzt hier mal unser Flussdiagramm und ich möchte jetzt hier das Flussdiagramm implementieren. Ich mache es jetzt mal so rum, ja, in MatCat und ich schreibe zunächst wieder die Funktion, die hole ich mir von hier oben. Die Definition bleibt gleich, ich tue es noch mal durchnummerieren jetzt hier, also das wäre die erste Variante und das wäre dann hier die zweite. Halt, dann brauche ich jetzt zu schnell mit meinem Istgleich. So, das ist hier unnötig, das nehmen wir, kriegen wir das ja noch raus. Ach man, also Istgleich, ach Quatsch, ach, war jetzt hier. Also nochmal, das kopieren wir uns hier und hier muss eine 2 rein und jetzt gehen wir zum Schluss ans Ende der Definition, also an den Namen und geben jetzt das Istgleich ein. Doppelpunkt Istgleich, jetzt haben wir es. So, jetzt hole ich mir jetzt hier die Programmierung wieder und fange jetzt hier an mit Istgleich 1, ich tue es einfach jetzt hier kopieren um ein bisschen Zeit zu sparen, also hier Istgleich 0, das brauchen wir sowieso und dann hier oben machen wir jetzt ein I Istgleich 1 und jetzt kommt hier unsere Wiederholung, unsere Wiederholbedingung, klicke dahinter, dann auf Enter, das wäre dann eine Weilschleife, also solange I kleiner gleich, das ist wieder das hier, dann können wir das Lastens wieder kopieren, I ist kleiner gleich kleiner gleich Last V solange dem so ist, was soll er dann machen und das ist dann wieder gleich, das können wir uns kopieren von hier oben, das ist ja im Prinzip dasselbe, also können wir das hier einfach übernehmen, dann soll er quasi hier prüfen, ob das ungleich Post ist, wenn ja, wird dann J1 hochgezählt und so weiter. Ganz wichtig ist, müssen allerdings jetzt hier noch ganz so hier außerhalb dieser Verzweigung hier diese Anweisung durchführen, also den Zähler noch hochzählen, sonst hätte man halt eine klassische Endlosschleife, weil das I dann immer kleiner, immer bei 1 hängen bleiben würde und nicht weitergehen würde, das wollen wir natürlich nicht, deswegen müssen wir jetzt hier noch, das tun wir wieder kopieren und einfach umbenennen, also hier das I entsprechend hochzählen, so und was geben wir aus, zum Schluss geben wir aus, unser Result wieder. Das wäre das Ganze mit der Adressionsschleife implementiert, Sie sehen, das ist natürlich mehr Schreibaufwand, man muss natürlich jetzt das I alles nochmal selber setzen, was hier oben quasi die T-Schleife inkludiert, dann schon das ist die gesamte Zählanweisung, das muss man sich dann quasi hier selber bauen, aber theoretisch können Sie es auch so machen, bleibt noch das Ganze hier zu testen, kopieren wir wieder hier den Namen von hier oben, Steuerung C, das müssen wir noch wieder umbenennen, das war die erste Variante, und auch noch die zweite hier dahinter, das kopieren wir uns, und gehen auf ist gleich, ja und da sehen wir, hat auch funktioniert, kommt dasselbe raus, ja das kann man hier löschen, letzter Punkt, war noch irgendwas hier zu machen, wenn ich irgendwas übersehen habe, nee, das war es schon, ja, so viel dazu, wie kann man so eine kleine Funktion bauen, die nichts anderes tut, als einfach einen Wert aus einem Vektor, nicht so weit, das war es schon. training tp ouais tp heure